Wir kommen jetzt nach vielen eigentlichen Höhepunkten zum Höhepunkt des heutigen Abends, nämlich zu unseren Gastgebern, den Sea Dogs, den Drum & Melanchor aus Probaland in Ostfriesland von 2002. Wir dürfen uns alle schon freuen auf das nächste Jahr, wenn die Sea Dogs ihren 10. Geburtstag feiern. Und Katja und Ralf haben mir aufgeschrieben, was ich hier sagen darf, nämlich, dass es heute ein etwas anderes Programm der Sea Dogs gibt, anders als wir es sicherlich gewohnt sind. Das heutige Programm ist etwas kürzer gehalten, denn sie haben nun lieber ihre Spielzeit an andere Vereine abgegeben, weil sie auf keinen Fall die Veranstaltung wieder überziehen wollten, so wie das im vorletzten Jahr wohl gewesen sein soll. Wir dürfen uns freuen auf einen Mix der goldenen Zeit. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir hier in der Kurt Krippelmeyer Halle die Großartigen, die Einzigartigen, unsere Seehunde, die Sea Dogs aus Marienhafe, unsere Sea Dogs, meine Damen und Herren. Und dann ist es auch ein grob. Das war's für heute! Mein Gott, das war's für heute! KILLED D 여� chutes La, 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 la! Applaus Vielen Dank. 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 Thank you. 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 1, 2, 3, 4, 1! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.